Die erste Hand ist voll, es geht weiter in den sechsten Spieltag. Und das sind unsere Tipps dazu, yeah! Otspedia, the Sportsbetting Community. Ja und Radek, das ist jetzt das letzte Video für uns beide, wo du aus dem schönen Portugal dazu geschaltet bist. Leicht erkältet, aber so passiert es halt überall. Da im Bild sehen wir uns und die Jungs vom fünften Spieltag. Mal schauen, ob die erfolgreich gewesen sind. Hier ist die Zusammenfassung. Der fünfte Spieltag war mit zwei Niederlagen und zwei Siegtipps gekrönt. Knappes Plus von 0,32 Einheiten. Letztendlich neun insgesamt im Plus. Und es hat sich ausgezahlt, dass wir uns nicht wirklich sicher waren bei Bochum plus drei Tore. Und das war ja schon ein bisschen ironisch, ich habe die Konferenz geschaut. Und witzigerweise dann auch mit Erik Mayer drüber geredet, den ich ja hin und wieder beruflich sehe. Und schon mich beschwert, warum das so ein langweiliger Spieltag gewesen ist. Eigentlich gar keine Tore, nur die Bayern siegen. Genau, ja. Und das war wieder mal ein sehr, sehr dummes Beispiel, wie man sich von, ja, gegen Bayern stellen kann. Das werden wir nie wieder tun, weil das ist das Dümmste, was du machen kannst. Und selbst wenn du denkst, die Bayern straucheln, dann hauen die halt mal einfach 7-0 jemanden weg. Und das war dumm. Das tut mir leid für alle, die uns da gefolgt haben. Andererseits brauchen wir uns, glaube ich, nicht verstecken mit dem, was wir bisher abgegeben haben. Und machen wir es einfach besser, diesen Spieltag. Auf geht's, komm! Wovon man sich verstecken sollte, sind aber die Bayern. Die sind nämlich Tabellenerster. Das hatte der Nagelsmann zu Recht bemängelt. Auch geil, 20 Tore. Dortmund mit 17 Toren, auch ganz potent dabei. Leverkusen 15. Und dann haben wir noch den VfL Wolfsburg, die alten Minimalisten. By the way, es spielt der Erste gegen den 18. Am ersten Spieltag. Und da klicke ich jetzt mal hin. Und da bin ich mal gespannt, was du sagst, ob Kreuter Fürth eine Chance hat. Ja, ich würde zuvor auf Asian Handicap Plus irgendwas auf Kreuter Fürth gehen, weil die spielen zu Hause. Und Bayern könnte jetzt hier mal einen Gang zurückschalten. Nein, natürlich nicht. Also sehe ich hier eine 1,15. Das sind 15 Prozent. So viel bekommst du bei einer Aktie, die gut läuft in einem Jahr. Also mitnehmen diese Bayern-Quote vielleicht die sicherste Wette der Welt. Das ist ein sehr guter Punkt sogar. Die 15 Prozent oder 1,5, die sind echt frech. Bei Minus 1 gibt es dann witzigerweise nur 1,16. Aber ich würde auch sagen, mach mal gar nicht lang rum. Siegwette auf Bayern, 1,15. Why not? Damit geht es zum nächsten Spiel. Und das ist auf den ersten Blick, ja, klar würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auch von der Tabellenpositionierung sehr, sehr spannend. Denn hier spielt Leverkusen gegen den Tabellennachbarn. Beide 10 Punkte. Mainz macht es ähnlich wie die Kollegen aus Wolfsburg. Zwei Gegentore nur und nur sechs Tore. Die Quotenverteilung schon deutlicher Außenseiter wie Mainzer, die bisher eigentlich nur einmal geschwächelt haben in dieser Saison. Genau da haben wir auf sie gesetzt. Und Leverkusen. Schauen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz an, wie haben die denn zurzeit gespielt im direkten Vergleich letztes Jahr. Okay, haben sie zumindest nicht verloren. Und in der aktuellen Form schauen wir mal das 3-1 gegen Stuttgart. Tipp richtig von uns. Gegen Dortmund kann man mal verlieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann deutliche Siege gegen Augsburg und Leverkusen. Mein erster Take dazu ist, ich würde weiterhin nicht gegen Mainz wetten. Egal was die Quote ist. Und eine 1,81 reicht mir sowieso nicht. Einwände von dir? Ja, mir reicht die schon, weil Leverkusen zu Hause, während Starkes sich diese Saison noch keine Ausrutsche erlaubt hat. Entgegen der Wahrscheinlichkeit ist es wahrscheinlich dieses Mal der Erste. Gegen Dortmund aber verloren nach dreimaliger Führung. Und das nennst du eine Ausrutsche, wenn du gegen die supergeilen Dortmunder drei Tore schießt. Wenn du vor dem Spieltag sagst, Leverkusen gewinnt das und deine Favorite-Werte war 1x, dann ja. Ja, war ja auch knapp. Also von daher, es gibt Schlimmeres. Ich meine, Frankfurt hat 5-2 gegen Dortmund verloren. Union Berlin hat jetzt 4-2 gegen Dortmund verloren. Leverkusen hat ja wirklich gekämpft. Auf Augenhöhe hat dann halt ein starkes Dortmund an einem guten Tag nicht besiegt. Also darüber jetzt zu diskutieren, finde ich jetzt ein bisschen schade, weil auf der anderen Seite Mainz macht wie immer oder seit langer Zeit das Beste aus den Möglichkeiten, nichtsdestotrotz, wenn man halt einfach die Möglichkeiten und vor allem die spielerischen Ansätze der beiden Teams vergleicht, ist Leverkusen halt eine aktive Mannschaft, die darauf losgeht, die zu Hause auch dieses Spiel gewinnen kann und muss. Und dafür finde ich die 1,8 gut, weil Mainz schon nach wie vor eine Überraschungsmannschaft ist. Und dafür reicht mir die 1,8. Ja, dann lass uns da nochmal zum Ende zurückgehen. Du hast mich kurz davor überzeugt zu haben, aber noch nicht so ganz. Vielleicht ist das bei Eintracht Frankfurt gegen Köln anders. Frankfurt hat ja gegen Wolfsburg immerhin ein 1-1 geholt, aber viel krasser war Köln-Leipzig. Das war ein 1-1 der Sorte, hätte auch 4-4, 5-4 oder 4-1 für Köln oder Leipzig ausgehen können. Kurz vor Schluss haben die Kölner dann aufs leere Tor eigentlich nicht getroffen und sich damit um den Dreier draubt. Also die Kölner unter Baumgart machen super viel Spaß. Das kann man jetzt von Frankfurt mit ihren neuen Glasten nicht behaupten. Die haben bisher nichts gewissen, das muss man so sagen. Andererseits haben sie, glaube ich, auch seit 4 oder 5 Spielen nicht verloren, weil die Frankfurter halt die unentschieden Könige sind. Die Kölner haben auch die letzten beiden unentschieden gespielt. Also was anderes als ein Unentschieden brauchst du hier gar nicht wetten. Vor allem die Quote auf Frankfurt ist schon dermaßen frech. Ich weiß nicht, wie die zustande kommt. Das ist ja 1,9 oder so täusche ich mich da, wie ich es im Kopf habe. So ein bisschen 2,0 ist gestiegen. Oder je nachdem, wo man halt schaut, bei welchem Wettanbieter. Deswegen Quotenvergleichen bringt was. Aber sind wir sehr ehrlich, ein Heimsieg der Frankfurter und 50-50-Chance gegen diese Kölner ist ein bisschen frech. Deswegen Value eher auf Seiten der Kölner. Asian Handicap auf Köln könnte man machen. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass Frankfurt, die jetzt ja viele Spiele nicht verloren haben, sagen, okay, jetzt sind wir daheim. Jetzt schmeißen wir den Bock um, im wahrsten Sinne des Wortes, und gewinnen dieses Heimspiel. Deswegen ganz, ganz kryptisch und am besten low-bet. Das sehe ich ganz genauso. Sie haben ja noch dazu gegen Fenerbahce 1-2-1 gespielt in der Euroleague, oder Conference League, oder wie das Ganze heißt. Also ich glaube, da gibt es bessere Spiele, auf die man tippen kann. Eines dieser ist zwischen zwei Teams, deren Saisonverlauf sehr enttäuschend ist. Berlin sehr, sehr schlecht gestartet, hat sich aber jetzt gefangen mit zwei Siegen. Fairerweise gegen, na, das ist nicht Berlin. Fairerweise gegen Aufsteiger, gegen Fürth und Bochum. Das muss man gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir Leipzig, die ja wohl ultra schlecht gestartet sind. Also da brauchen wir nichts schönreden. Der Start von Jesse Marsh und mit seinem neuen Team ist gescheitert. Nur vier Punkte aus fünf Spielen, sechs Tore, sieben Gegentore. Dazu auch nicht unbedingt das erfolgreiche Spiel gegen Manchester City. Jetzt kommt Hertha BSC und sie haben eine 1,3er-Quote. Da, wenn man etwas tippen möchte, dann sollte man vielleicht eher in die Richtung Asian Handicap härter schauen. Aber mir reichen zwei Siege nicht gegen Aufsteiger. Und Asian Handicap plus 1, plus 1,5 ist jetzt auch nicht eine Quote, wo man sich abfeiern kann. Von daher würde ich sagen, schauen wir mal zum Ex-Spitzenreiter, oder? Denn der hat es in Hoffenheim, oder besser gesagt in Sitzheim, mit der TSG zu tun. Richtig toll zu dir übergeleitet. Ja, das ist ebenfalls so ein Spiel, wo du mit dem Unentschieden am besten fährst. Wobei es jetzt auch diese Wolfsburg-Quote durchaus attraktiv ist, wenn man halt sieht, dass die ja durchaus da oben mitmischen wollen. Und wenn man sich dann die letzten Spiele der Hoffenheimer anschaut, da war nicht viel dabei. Also die, ja, Hammack gegen gute Gegner teilweise gespielt, aber dann gegen Bielefeld und Mainz nicht zu gewinnen, ist eigentlich unter dem Niveau, was man eigentlich von Hoffenheim erwarten könnte. Andererseits, Hoffenheim letztes Jahr war schon nicht mehr das, was man unter Nagelsmann kannte natürlich. Und deswegen ist hier Wolfsburg eigentlich schon mit Asian Handicap eine sehr geile Sache. Das finde ich nämlich auch. Das Spiel Bielefeld-Hoffenheim war relativ oft bei der Konferenz eingeblendet. Und man hat sich da schon fragen können, auch wenn Hoffenheim auch dann seine Chancen hatte, warum Bielefeld nicht schnell 2-0, 3-0 in Führung gegangen ist. Gegen Mainz haben sie sich schon schwer getan. Man kann jetzt von Wolfsburg halten, was man will, aber sie sind in der Champions League und letztes Jahr gewesen, also unter den Top 4 und jetzt auch wieder unter den Top 3, haben bisher noch nicht verloren. Und deshalb finde ich ein Asian Handicap 0 auf Wolfsburg relativ spannend und würde das sogar tippen wollen, weil 0 entschieden ist keine große Überraschung und ein 1-0, 2-0 für Wolfsburg auch nicht. Mir geht es ja nur darum, dass dieses Unentschieden, das ich an diesem Spieltag fast in jedem Spiel für möglich erachte, da ein bisschen abgesichert ist, wenn man diese Wette spielt. Und das ist top. Da kriegst du eine gute Quote auf Asian Handicap 0. Union Berlin gegen Dortmund auf den Sack bekommen, da nicht ganz mithalten können. Jetzt haben sie es mit diesen aufopferungsvoll kämpfenden Bielefeldern zu tun, die jetzt auch schon wieder hier 4 Punkte geholt haben. Alles unentschieden. Da gibt es nicht viel Tore, da gibt es nicht viel Gegentore. Das ist schon eine spannende Mannschaft und mit 4 Punkten auf Platz 13, voll im Soll. Union auch ungefähr, glaube ich, da, wo sie sich selber sehen. 1, 2, 7 mehr, dann sind sie auch wieder mit internationalen Wettbewerb. Die Quoten 1, 8. Du hast vorhin die Leverkusener 1, 8 gegen Mainz cool gefunden. Ich finde jetzt diese 1, 8 auf Union ganz cool. Ich sage dir auch warum. Und zwar haben wir mit Bielefeld eine Mannschaft, die nicht wirklich gut Tore schießen kann, die aber sehr, sehr gut verteidigen kann. Und trotzdem glaube ich, dass die Eisernen gerade daheim ein 1, 0, 2, 0 über die Bühne bringen sollten. Und ich wüsste nicht, ich kenne jetzt kein Ereignis, was passieren könnte, damit Bielefeld hier gewinnt. Und dann haben wir immerhin schon die Wette fast gewonnen. Da muss nur noch Union ein Tor schießen. Siehst du das auch so? Ja, theoretisch alles richtig. In der Praxis ist es auch ein extrem unentschieden gefährdetes Spiel. Und Union zu Hause, eine 1, 8 ist fast zu gefährlich aufgrund der bisherigen Ereignisse in dieser Saison von Union. Und deswegen gefällt mir diese Quote nicht. Wenn es eine 2, 0 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, 1, 8 ist fast schon zu wenig. Andererseits war die Quote vorher, wo ich noch geschaut habe, bei 1, 7. Also ist sie eigentlich in unsere Richtung ein bisschen gegangen, komischerweise. Muss nicht unbedingt gut sein. Aber ja, es ist so grenzwertig. Ich habe hier auch ein paar Leute aus Bielefeld kennengelernt. Mit denen haben wir über Fußball geredet. Und die waren einfach leidenschaftliche Fußballfans. Und es würde mir jetzt in der Seele wehtun, gegen die zu wetten. Deswegen lasse ich es. Aber ich kann verstehen, dass man das durchaus ins Auge fasst, dieses 1,8. Ja, aber es ist halt eine Abwägungssache. Wie krass sieht man Union hier als Favorit oder eben nicht so krass. Ich bin ein bisschen zurückhaltender. Deswegen geht mir da bei 1, 8 jetzt keiner ab. Okay, ich möchte aber auch dazu sagen, Sympathie und Liebe haben im Sportbetten nichts zu tun. Ach so, danke. Danke, mein Werder Bremen-Fanatiker. Das ist das, was uns letztes Jahr 10 Einheiten gekostet hat. Okay, wir haben leider die Verbindung zu Radek verloren und schauen weiter zu Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Auch hier haben wir ähnliche Situationen wie Frankfurt mit Glasner, Gladbach mit Hütter nicht wirklich so gut gestartet, beziehungsweise gut gestartet schon. Das 1-1 gegen Bayern war Chapeau. Aber sie sind trotzdem auf ein paar Bällenplatz. 16 und erst 5 Tore. Und das mit dieser potenten Offensive. Gegen Augsburg kein reguläres Tor geschossen. Dann auch noch verloren. Jetzt kommt der BVB. Auf die wetten wir sehr, sehr ungern, ehrlich gesagt. Vor allem bei diesen Spielen. Eine 1-8er-Quote reicht mir persönlich nicht. Und auf Gladbach gibt es keinen Grund zu setzen. Dementsprechend würde ich hier sogar im Unentschieden trotzdem so einen Hinterkopf behalten. Denn Gladbach hat auch gerade gegen Bayern mitgehalten. Und warum dann nicht auch gegen den nächsten Topklub? Vielleicht sind die so vom Kopf, hey, wir haben auf Champions League gespielt, wir haben immer so weit oben gespielt. Und die sind jetzt im Kopf besser als auf dem Platz und können sich nur gegen die Top-Teams motivieren. Ich weiß nicht, was mit der Borussia los ist. Ja, ich denke, alles, was du gesagt hast. Aber die beste Wette an diesem Spieltag ist deswegen eigentlich eine Über-Tor-Wette. Dieses Spiel geht mindestens 2-2 aus. Die Dortmunder kassieren Tore und Mass. Und die Gladbacher können natürlich auch welche schießen. Und gerade zu Hause ist Gladbach auch wirklich stark. Deswegen wird Dortmund hier gefordert. Und wie du gesagt hast, wird Gladbach gegen Dortmund besser performen als jetzt gegen andere, wo sie halt sich blamieren. Also wie die gegen Augsburg verlieren konnten, ist mir schleierhaft. Aber nichtsdestotrotz über... 3,5 ist eine 1,95-Quote. Ja, da hat sich diese Theorie schon rumgesprochen leider. Es ist nicht sahnemäßig, aber ich wiederhole mal an dieser Stelle, warum wir eigentlich uns keine Über-Wetten anschauen. Die sind in vielen Spielen interessant, genauso wie in vielen Spielen Unterwetten interessant sind. Aber wir haben auch letztes Jahr unsere eigenen Stats analysiert. Und da hatten wir zweistelliges Minus im Über-Unter-Bereich und ansonsten ein dickes Plus. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir reden gar nicht mehr über Tore. Und über was wir aber heute noch reden werden, ist, ob es eine 2 aus 4 Unentschieden-Wette geben wird. Denn heute finde ich, oder besser gesagt für dieses Wochenende, sind die Tendenzen nicht ganz so klar. Außer Bayern München gegen Kreuter Fürth. Und dann geht es schon weiter zu Bochum gegen Stuttgart. Stuttgart können momentan nicht da mithalten, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Da haben sie wirklich für viel Furore gesorgt. Na, was sollte ich dir machen? Die Tabelle nochmal zeigen. Mit 4 Punkten, Platz 14. Ja, einen über Bochum. Das ist nicht das, wo der VfB hin möchte. Jetzt haben sie daheim eigentlich auch keinen Stich gehabt gegen Leverkusen, die nur zu 10 gespielt haben. Die Quotenverteilung ist auch eigentlich nur, dass du sagen kannst, unentschieden. Oder du sagst halt, dich hat Bochum ein bisschen überzeugt. Nach dem 7-0 gegen Bayern weiß ich das nicht so. Aber Stuttgart hat auch nichts Großartiges gezeigt, wo du jetzt sagen kannst, diese 2-4 ist Value. Die Stuttgarter haben zumindest ein bisschen stärkere Gegner auch noch gehabt und sich nicht so ganz schlecht angestellt teilweise. Und man kennt die noch aus der letzten Saison, dass sie da auswärts recht gut waren. Einer der besten Auswärtsteams. Also von daher knüpfen sie vielleicht wieder an diese, ja, daran an. Und gegen diese Bochumalz im Moment ist das eigentlich ein Pflicht-Sieg. Und wenn wir eine gute Asian Handicap 0 um die 1-7, 1-8 kriegen, ist das schon ein Schuss wert auf die Stuttgarter. Da kann ich mich sogar mit anfreunden. Mein Punkt wäre auch gewesen, lass uns entweder auf den Unentschieden gehen, aber dann Tendenz Stuttgart. Und dann hätte das Ganze schon wieder Value. Auch wenn Bochum gerade sich gegen Mainz daheim euphorisiert gespielt hat, aber man kann jetzt aus einer Mücke keinen Elefanten machen oder so, dann kann man jetzt den Bochumer nicht komplett überbewerten. Überhaupt bin ich bisher... Haben wir ja eh schon gemacht. Also hören wir damit auf, Bochum jetzt stark zu werden. Guter Punkt. Jetzt, wo du es sagst, da war was. Auf jeden Fall, Bochum und Fürth bin ich weiterhin ein bisschen schockiert. Dann geht es weiter mit Freiburg gegen Augsburg, die bereits das letzte Spiel hier für diesen sechsten Spieltag formen. Und auch hier wird es wieder eine Quotengeschichte sein. Augsburg hat sich jetzt, glaube ich, gefangen. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Unentschieden gegen Union Berlin. Sieg gegen Gladbach. Gegen Union habe ich es nicht mehr im Kopf. Gegen Gladbach haben sie echt nicht gut gespielt, aber gewonnen. Und so ein Spiel kann schon ein bisschen auch dann beflügeln. Und dann ist halt hier wieder die Frage, ob man jetzt sagt, wie gut ist Freiburg? Definitiv nicht so gut, dass sie ein 1,9 daheim gegen Augsburg verdient hätten. Und ich mache hier auch gleich mal weiter zu Asian Handicap, beziehungsweise X2. Da haben wir nämlich eine Quote auf Augsburg von 2,06. Und da musst du dir ja für dich selber beantworten, ist es dir 50% wert, dass Augsburg punktet in Freiburg? Normalerweise sage ich ja, aber wenn man hier die Finger einfach von lässt, macht man auch nichts falsch, weil Augsburg echt bisher nicht gut performt hat. Ja, das ist der krasseste Coinflip an diesem Wochenende, wo du eigentlich auf Unentschieden setzen musst, weil Freiburg zu Hause ja sehr stark ist, aber auch in keinem Spiel eigentlich so eine Favoritenquote verdient, weil sie sich halt von Tag zu Tag irgendwie so reinkämpfen müssen und gegen jeden Gegner gewinnen können anscheinend, wie gegen Dortmund, aber auch gegen jeden Gegner auch verlieren könnten und auch so gegen Augsburg jetzt einfach nicht besser sind in der Konstellation im Moment. Und dann schmeißt du eine Münze, die kommt entweder da oder da auf oder landet auf der Kante oder was weiß ich und dann hast du drei Optionen und die unentschiedene Option ist hier für mich die attraktivste. Und Augsburg hier stärker zu sehen, liegt mir auch fern. Also wie gesagt, dann entweder Finger weg oder eine Dritteleinheit auf Unentschieden. Ja, dafür hast du dann auch die klassische Unentschiedenquote um die zwischen 3,5 und 4. Also, ich glaube, man merkt es an der Länge unseres Videos mit den heutigen Spielen, mit den Spielen vom Wochenende, sind wir nicht ganz so einverstanden, nicht ganz so euphorisiert, aber trotzdem machen wir jetzt eine Zusammenfassung und dann bis... Moment. Ja, und wir haben noch gerade ein bisschen diskutiert, weil nicht so super zufrieden mit dem Spieltag sind, aber am Ende haben wir dann uns für diese drei Wetten, die wir gerade eben schon vorgestellt haben, auch in der Runde zu den einzelnen Spielen, die werden wir anzocken. Und hier die kleine, aber feine Zusammenfassung. Bayern gegen Volker Euterführt mit dem Sieg für die 1,15. Hört sich scheiße an, finden wir trotzdem überlagen. Und dann Asian Handicap auf Wolfsburg. Asian Handicap 0, Draw No Bet mit der Quote von 1,8. Und das Gleiche machen wir auf den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Asian Handicap 0 für die Quote 1,75 Stuttgart Sieg. Und dann sind wir schon wieder am Ende. Schauen wir mal... Hä? Und dann lässt er das, was ich noch gerade, wo wir diskutiert haben, Freiburg-Augsburg, das machen wir uns unentschieden, das lässt er dann trotzdem unseren Tisch fallen. Und da bin ich nur Dritteleinheit darauf. Und dann hier, ganz am Ende, Freiburg gegen Augsburg. Augsburg, das X, das hat er mir noch rausgeleiert. Ich finde es ja auch geil. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich auch X2 ganz cool finde. Aber dafür gehen wir nicht auf Leverkusen. Das nehme ich auf mich, wenn Leverkusen gewinnt. Und dafür sind wir zusammen wie ein Volksfest am Feiern, wenn Freiburg gegen Augsburg unentschieden spielt. Dritteleinheit, ganz klassisch. Danke für euch, liebe Leute da draußen. Und danke für ein Like. Ciao. Ciao. Opspedia, the sports betting community.